ein Wir machen kleine Grazer 4. Das verbessert die Ausführung von Cruiser 3, wo allerdings ein mittlerer Panzer ist und verbessert die Ausführung mit stärkerer Panzerung und nicht ein leichter Panzer, das ist auch wieder unverständlich. Auf alle Fall hat er 230 Trefferpunkte, 395 PS, 48 Stundenkilometer, also ein bisschen schneller als es wäre auf alle Fall. Warnepanzerung 30, 14, 14 und Turmpanzerung 30, 12, 14, also da ist nicht großartig gepanzert zeitig. Standard Granatenschade 38 bis 360 und die Durchlagskraft 47 bis 79 bei einer Feuergeschwindigkeit von 30 Schuss in der Minute, also alle 2 Sekunden dann. 330 Meter ist die Sichtweite und 400 Meter die Punktreichweite. Pakete 2 Stück, wobei nur 1 Freizeitschalter ist und mit 4 Sekunden. Grundausstattung 340 PS. Das ist auch wieder wie der 2er, QF2 Pünder Mark 9 mit 720, 720 Schuss in der Minute, Durchschlagskraft 64, 121, 23 und im Schaden von 45, 45, 60. Also die Gleiseausrichtung bietet 2. Die nächste Packete ich auch wieder, 40 Meter mit einer Pompon wie beim anderen Ohr. und das letzte dann ist 40 Meter mit einer MK Mark 6 Pro Force. Mit 30 Schuss in der Minute, Durchschlagskraft 360, 101, 320 und im Schaden 50, 50, 60. Ich habe das WPünder kräftiger, allerdings der Schaden, der Schaden ist kaum stärker, also das ist normal in Witze. Ok, schnellere Ladkündigkeit, naja. So, der hat auch wieder eine leicht zu treffende verwundbare Stelle, also wir haben abgesehen, dass er so ziemlich verwundbar ist, mit der Panzerung seitlich in Hintern. Also vorne das Kästelle, unterhalb vom Geschütz, ich habe auf alle Fahnen Schwachpunkt, dann in der Mitte, und das ist jetzt nicht richtig leuchtet, der Scheinwerfer, da was ist denn da mit ich vorne, unterhalb von den Kasch, der da vorne drauf ist, das darf auch ziemlich beschießbar sein. Mg, ähm, sehe ich jetzt zumindest vorne, Cans. Fah, sehe ich jetzt auch nicht so richtig, oder soll das der Kasch, der da vorne sei, wie der Seelschlitz ist. Auf jeden Fall hat er kaum Mg, er hat noch seitlich zwei Nippelwerfer, wo man das sieht, dass er sich einnippeln kann und verziehen, wenn es zu heiß wird. Aber das geht aber bei ihr nicht. Und halt die Einstiegslücke, die ist ziemlich ausgeprägt, also die kann man auch gut treffen. Der seitliche Kette schützt, okay, hinten ein bisschen, aber schon wieder runter ziemlich. So, also ein bisschen schneller sind wir als mit dem Zwerer, also ein größer Zwerer. Einblingsweise 1, 2er ist ein mittlerer und der 3er ist auch wieder ein mittlerer Panzer. Ja, der 1er und der 4er sind leichter. Ja, der 1er ist. Hat ziemlich schmau aus. Vierer Klass wahrscheinlich. Und drei an Zwer. Jetzt haben wir Buddy bei Nacht als Splendid gefischt. Ja, jetzt sind wir dann doch wieder bei Film verteilen. Okay, diesmal sind es nicht so viele Fünfer. Von jedem sind es ziemlich gleich. Fünfer, Vierer, Dreier. Wir haben einen Jagdpanzer, der Gegner einer. Jeweils eine Arie. Leichter haben wir Vierer. Der Gegner Sechser. Mittlerer Gegner drei, mir Fünfer. Dann haben wir zwei schwerer und die Gegner vier schwerer. Ja. 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 There is a DW2 over here. Come see Dad. A bunch of them are coming out of the mountain. Oh, okay, you just stopped it. Here, give me a speech. Oh, better. Oh, you're dying. Nice shot, Artie. I think that was Artie. Daddy. Mom, I'll make it. Okay, get your blanket. Quit your whining. Cover up. Sleep. Shhh. Nice work. Here he comes. Up the hill. Oh, fuck Artie, you're awesome. Daddy, one shot. Your blanket. Close, buddy. Close, you were just behind him. Out of this friggin hole. That one was bigger. Got his tail here, Artie. See him? Oh, dude, you were just missing him. Got him scared though. See if I can track him for you, Art. Ah. He's engineed. Right there, Artie. He ain't moving very quick. Ah. That was a joke. That was a joke. Ha 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 ha. That was a joke. I wanted to go right back to shoot and zack. Stick. Want a platoon up, Artie? I'd love to have you on my team, bro. I would have to take a shot. I'd love to go right back to the next level. I'm sure that he's not so good at all. I'll have to go right back. I'll take you on the next level. We're now on the next level. Or in the next level. Was ist das? 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 Was ist das?